Willkommen zurück in Borderlands 2 DLC. Müssen wir denn nicht jetzt da hoch eigentlich? Ins Schluss? Ach ne, da geht's gar nicht ins Schluss. Da geht's rein. Wir müssen erstmal die Mission abgeben bei Roland. Als Gesandter der kaiserlichen Leibgarde der Königin schlage ich, Roland, euch zum Ritter der Gerechtigkeit und Gänseblümchen und so. Also, wenn ihr die Königin sucht, der Hexer hat sie. Ihr müsst euch die Zwergen-Sklaven minen, um zu seinem Turm zu kommen. Ich muss, ich muss, ich muss. Oh mein, ich glaub die Munition ist aber voll. Ja. Äh, Zwergen. Ja, das geht dann da weiter. Moment, wo ist denn jetzt eigentlich das andere? Hier mit dem Post. Auch in die Richtung. Okay, in die Richtung, oder? Ne, da war, hab ich ja gesagt, ne, hier doch, hier unten. Da vorne. Na gut. Ui, ins Waffenkisten. Das weiße, das weiße, lass ich mal liegen. Ohne weiße Waffe. Ui, was ist das? Geh weg, geh weg. Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Wir sind doch hier nicht in Dark Souls. Boah. 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 Da, ist ja. Boah. 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 Boah, was ist denn da? Aber geil, mal andere Gegner, ne? Also, die man noch nicht hatte und so. Auf jeden Fall. So, hier hoch. Hier hoch, hab ich gesagt. Ah ja, und... Wieso ist Roland eigentlich nicht mitgekommen? Oh, das sind Giftdinger. Ja, kennt ihr schon, äh, mein Geschütz? Das freut sich. So kann ich mir Munition sparen. Fliegt da schon wieder einer? Ja, tatsächlich. Zwei. Uiuiui. Mein Geschütz ist weg. Komm. Ich hasse Fliegende. Kann ich die ignorieren? Werde ich erstmal einfach ignorieren. Genau, auf das hab ich's ausgesehen. Ich scheine mich aber nicht anzugreifen. Tja, oder? Dies kommt noch. Könnte ja sein. Ach, jetzt. Kleiner. Kann das sein, dass die großen Drachen, die hier gerade abgelegt haben? Kommt noch einer? Zwei Jutziah. Nichts. Kleine Ratte. Okay. Kann man hier nicht mal in Ruhe einsammeln? Müsst ihr einen stören? So. Könnte schon sein. Boah, wie viel hier am Rand ist, ey. Werden wir aber alles hier öffnen. Okay, hier drüben. Ja, die scheinen ja nichts zu tun. Aber es könnte sein... Ich schieße doch nicht auf den Stein. Den hat er ja bald. Ja, den hat er gehabt, den ersten. Und den zweiten. Ach, drei sind das. Den haben wir auch. Nur den hier. Ach. Herausforderung gemeistert. Oh, hier ist noch einer. Kommen hier immer wieder welche, oder... Den machen wir gar nicht. Probi jetzt mal hier mit. Schießen ab. Oh, hier ist aber noch einer, ne? Oder hatten wir den auch schon? Ja, jetzt ist meine Waffe fast leer. Schön. Schönen Dank. Ihr Blöden. Naja. Okay, hier ist nichts. Auch nichts. Dann mal hier durch. Ach, das ist die Mine. Okay, hier ist das Teil irgendwo welchen. Da oben an der Maske ist wieder so ein Zeichen. So. Ihr betretet die Zwergenminen. Aus der Ferne hört ihr die gepeinigten Schreie der politischen Gefangenen und der versklavten Zwerge. In diesen Minen lebt Ragnar, König der Zwerge und Anführer des Anti-Hexer-Widerstands. Wenn ihr vielleicht mit den Zwergen reden würdet, könntet ihr euch vielleicht verbünden und unbesiegbar werden. Die Zwergenkönig verhandeln. Keine Sorge, Leute. Mein Charisma ist auf keiner Skala zu messen. Ich werde den überreden, dass... Ah, 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 Lilly, würfel drum. Wer die höchste Zahl hat, darf mit dem Oberzwerg verhandeln. 20! Hahaha. Oh, tut mir leid, Lil. Wie es aussieht, darf Brick mit dem Zwergenkönig verhandeln. Dabei habe ich ein ganz blödes Gefühl. Die sind gar nicht mal so schlecht hier, die Behen. Auf ein Wiedersehen. Die hebe ich mal auf. Ähm. Ja. Ich muss ja erst mal die, äh, ne? Die Kekse sammeln. Was ist das denn da? Eine Spinne. Okay. Ist weg. So eine Haftausforderung war das gar nicht. Boom. Spuckt hier rum. Ist ja eklig. Kommen noch zwei. Hey, Bruder, ich sehe hier gar keinen. Ach, hier. Oh, eine güftige Missspinne. Für was ist das Rote hier? Ähm. Verteidigung. Verteidigung. Ne, Verteidigung brauche ich erst mal nicht so. Ja. Na gut. Das kann ich wohl nur hier lang. Oh, wie kommt mir jetzt kein Zug entgegen oder so? Wäre ja nicht so schön. Ah, da rennt schon wieder so ein Riese rum. Iche. Ich habe zuhause. Dazu habe ich sie auch Ja, hier müssen wir leider alle töten, weil ja hier überall Die Dinger Nein, hat der mich überfahren? Ich fass es nicht Wie raffiniert So, dann kann ich hier auch gleich meine Munition nochmal auffüllen Alles klar Ist der jetzt Ach, der ist hier gelandet Jetzt, okay Meine Fresse Moment, ich hatte ja hier gerade Wo ich drauf zugelaufen bin Habe ich hier nicht gerade irgendwas gesehen? Nee Also wieder zurück Einmal vom Wagen überrollt, okay Ich habe hier noch ein paar Ah ne, wartet mal. Ach doch. Der ist auch hin. Ah, da oben sind viel mehr. Kommt die jetzt hier runter? Nein, wartet bis mein Geschütz wieder da ist. Nein. Du wirst nicht zu... Alter, was soll das denn? Haut er mich erst mal hier von der Klippe. Das war nicht nett, mein lieber Freund. Ja, na gut, Geld brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich mehr. So dampft das hier. Ah, krieg ich bestimmt Schaden, wenn ich da reintrete. Die Minen. Gollum. Gollum. Da oben. Ist noch ein Zeichen. Oh, wie soll man denn da rankommen? Ah. Wir werden's sehen. So. Wie war das nochmal Riese? Jetzt stelle ich's nochmal richtig. Wollte grad sagen, ich bin doch jetzt einfach schon wieder. Oh, der Ena hat gute Erfahrungen gegeben. Hast du's alle geschafft? Ja, wunderbar. Da kommen noch Nachzügler. Gar mit! Nein, ich komm nicht mit. Du stirbst hier. Da ist immer die falsche Munition drin in den Dingern. Wo geht's? Oh, oh, oh. Eine Falle. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 120 haben wir schon hier soll irgendwo ja da oben da komme ich da nicht ach so scheiße es würde hier eine Lava fallen ich habe es ach so ich dachte jetzt schon das Feld runter in die in die Lava nein nicht schon wieder können die da nicht irgendwie gekennzeichnet sein jetzt guck dir das an wird das noch besser meine Fresse so und einer ist da noch in die Richtung echt maßenweise Kisten na gut hier noch die alter war noch einer ach ich bin voll ok dann brauchen wir jetzt definitiv keine aber hier die brauchen wir ja bloß zu schießen ach da oben ach ich höre jetzt auf hier mit die Kisten das macht er ja total verrückt wie komme ich da hoch wie kommt man da hoch hier nicht ach ich kann irgendwie nicht anders die Vasen muss ich irgendwie zerschießen macht zu sehr Spaß ok ich glaube wir müssen hier hinten weiter rum so hier war ja das oben das muss doch hier irgendwo nach oben gehen das erinnert mich auch ein bisschen an lieben die die bewegen sich doch wow was für das ach so die müssen wir gar nicht töten war bloß einer hm das soll noch einen schlechten Granatenmord fallen ok das sind hier nur Arbeiter ich hoffe mal ich gehe hier richtig zu dem muss sie hier hinten sein ja ja Gottes Willen wie sollen wir denn wie soll ich denn aha nur gibt es da keinen Durchgang ging das hier unten eigentlich irgendwo weiter ja nach da aber das bringt mir ja nichts wie soll ich denn da rankommen also hier warte mal hier unten achso ich dachte schon ihr wollt Ärger machen na gut ich muss sowieso einen Schnitt machen aber keine Bange das kriegen wir schon noch raus wie ich da diese Kekse kriege dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Borderlands 2 DLC und vielen Dank fürs Zuschauen tschau